Und damit ein absolut geiles Hallöchen an den Bildschirm da draußen. Der Absolut ist hier genauso wie sein Bademantel. Ich hab Bademantel an, weil ich jetzt die ganze Zeit Balkon-Tür offen hatte, weil es kalt noch, aber ich wollte Balkon-Tür offen. EGAL! Wir sind nun wieder ohne Broforce und wir müssen erneut herausfinden, wie wir überhaupt miteinander spielen können. Weil wir jedes mal so oft eine mega lange Zeit dazwischen haben. Wir sind ich und Scrubby erstmal, bis eine weitere Person ein Problemchen gelöst hat und sie dann zustoßen wird. Machen wir erstmal Broforce. Die Zeit weiter. Scrubby, weißt du noch wie das ging? Ja, ich hab's nicht neulich angespielt. Ich mein weiter gespielt oder neu gespielt mit der coolen Lisse-Katze, die heute auch anwesend ist. Ich hab's heute raus und ich hab auch neue Charaktere entdeckt. Boah, Ehre! Hast alles weggenommen schon. Dann lad mich mal ein, ich weiß nicht wie das geht. Achso, ich soll dich einladen. Ich hab gedacht, du lädst mich ein. Ich dachte, ich wär bei dir eingeladen. Ja, du weißt noch wie es geht, also warum soll ich das jetzt nicht machen? Okay, okay, warte, warte. Neue Kampagne starte, Kampagnen fortsetzen. Hier hab ich noch eine Mann mit 18%, das müsste mir glaub ich gewesen sein. Joa, kann sein. Oder wollen wir in eine neue starten? Ich weiß ja gar nicht wie du das hier... Nein, wir können jetzt nicht immer das gleiche. Wir müssen jetzt irgendwann... Gut, geschichtentechnisch ist da nicht viel mitzukriegen in dem Game. Aber, wenn wir jetzt trotzdem alle Level irgendwo mal gesehen haben. Okay, gut. Dann mach mir... Wanna, online... Ist das online, Horsten? Spielname? Äh... Scrappy Supreme. Ja, scheiße, das kann ich jetzt endlich haben. Ähm... Passwort... Wir haben den ganzen gesehen! Da läuft der Platz rum. 007... Spieler... Ja, streck dein Po nach vorne. Mach mir mal auf 3, man weiß ja nie. So... Mach damit Passwort, damit niemand anders beitreten kann. Ja, das Passwort ist 007. Brobro7 hätte besser gepasst, aber gut. Bro... No... Okay, warte mal. Ähm, wo such ich jetzt? Danach... Also... Mein Dings heißt... Scrubby Supreme Flash... Kann ich mal kurz... Äh... Freunde einladen. Scrubby Supreme... Ich will meinen beiden einfach. Scrubby Supreme... Scrubby Supreme... Oh! Spiel beitreten. Ich hab ne Einladung bekommen und... Tret jetzt... Bei? Ja! Ich bin beigetreten. 3... 2... 1... Let's go! 3... 2... 1... Let's go! Hä? Warte, vielleicht kannst du... Bist du da? Ja, Sekunde, Sekunde... Ich bin drin, ich weiß jetzt nicht ob du angenommen hast, aber du kannst den Atrix noch einsteigen. Das geht ja auch. Ich bin da mal... Ich hab angenommen, aber ich hab bei dir halt nie... Ich hab nicht gesehen, dass du mit drinne bist. 3... 2... Go! Ne, ich bin nicht drinne. Jetzt warte mal, jetzt hab ich... Jetzt bin ich drinne. Okay. Okay, wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht. Geil! Wuuuh! American Piste! Ja, Munition! Hör! 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 Vorsicht, da sind Bomben, Bro! Warte mal, warte mal... Ups, falsch, warte mal... Was war es denn, die hier? Mh, mh, mh... Warte, Bro! Ich schmeiß... Oh, ne, falsche Granaten! Ich hab eine Granate geschmissen, Bro! Ah, fuck! What the fuck, was... Ich werd jedes Mal von den Scheiß-Kacksteinen immer zerschmettert, ey, das nervt mich. Auch wo ich hier neulich gespielt hab, ey, ich werd immer zerdrückt. Von irgendwelchen Scheiß-Felsen und sowas. Ich komm nicht weiter, Bro! Ähm, ich weiß gar nicht, ob's da weiter ging. Unten ging's, glaub ich, weiter. Okay, der ist andere unten. Fängt ja schon so richtig gut an. Okay, ich hab ne Idee, Bro! Erstmal posen! Erstmal posen? Ich hab keine Granaten, Bro! Ich will hier runter! Ab, ab! Genau so! So geht das, Bro-Style. Bam! Ähm... Da dürfen wir nicht lang. Ups. Mensch, das wollte ich nicht... Es ist jedes Mal... Mich fackt's ab! Ich kann's nicht mal haben, ey! Geil! Geil, Bro! Chin! Okay, okay, soll ich jetzt mal Kamikaze spielen? Mhm, mach das mal. Kamikaze! Kamikaze! Nein! Ich glaub da hat sich einer dazwischen geschenkt. Oh, oh, wir kriegen Zuwachs! Oh! Ich glaub ja immer noch... Ja, was hab ich eingestellt auf... Da! Mal gucken… jetzt ein zuschauer im lobby einladen hast du gut gemacht warte ich befeile dich scrabby regelt oh scrabby regelt blizzard hat jetzt zwar keinen ton in game hellia ich hab schon den a-button geklickt bro das war nicht gut bro super bro kann man jetzt hier einfach runter oder was besser nicht ich glaube ich sterbe ok 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 pass auf bro pass auf oh shit bro gut gemacht bro ok warte jetzt aber bro bro oh der kommt gut ausgenockt hab ich ihn hast du gut gemacht broooo krassig wo ist denn die andere kollegin hin die lösse still doch mit dem nicht so wie tut man eigentlich jemand anderem beitreten als ich hab die eigentlich eine einladung nein spiel starten an der wir an das was erhalten oder ob das ist dann und das ist ja nicht oh 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 ja jetzt oh 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 ok da hat sich was getan da bin ich da bin ich hei und das ist ja nicht hier nimm die munition bro zina bro zina grenade bro zina Ich bin mal gespannt ob es bei Sam & Flüssig läuft, ich werde als mit Sam & Flüssig Ah ja, es hängt ja ein bisschen nach Es hängt ein bisschen nach, Klettschutz sicherst regulieren Bro komm zurück, Bro, 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 Bro Alright Oh wa, wir müssen ähm Woah, another Okay, okay Bro, 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 Bro Bro, 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 Bro Scrubro macht's richtig Woah, scheiße, Scrubro Bram, 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 Bram Keine Schuhe, kein Service Nee, keine Schuhe, keine Unterhose, kein Service Bro, hier ist ne... Was ist hier los? Oh, oh, oh Da ist ein General Tschüss, Bros Jaaaa Ahhhh Ammo Crate unlocked Ammo Crate unlocked So, jetzt gehen wir auf, weiter zurück Oh, wollen wir C oder 5? Ich glaube, ich weiß gar nicht was C ist Jetzt machen wir meine Webcam nebenbei aus, vielleicht ist dann die Verbindung ein bisschen... Kratischer Ähm Bei mir hat es ja damit nichts zu tun, ich schon am Handy Ich will schon Gehen wir zu 5 oder was? Gehen wir zu 5 oder wollen wir mit 10 machen? Nein, wir wollen jetzt sowieso Machen wir mal 10 Bedrohungs... Aprikose Okay Dies ist ein Geheimeinsatz Einer einzelner Brownouts NEIN Kann ich lesen Wenn du so schnell erinnerst Ich kann nicht lesen Ich kann nicht lesen, Bro Ich würde jetzt wahrscheinlich schladen Warte auf andere Spieler Ich warte mal Ich würde wahrscheinlich das jetzt so synchronisieren, ist das schön Aha Okay Also bei mir läuft es flüssig bei euch Läuft Der Lachs löppt Ich drücke X und er schießt Da steht warte auf andere Spieler Ähm Also eher nicht so flüssig Eher nicht so flüssig Mhm Ich bin Rasenmäher geworden, Bro Ah Ist du nicht so alleine? Wieso führe ich nicht so alleine? Weil ihr wahrscheinlich voll und weit wechselt, oder? Wir sind direkt neben dir Ich glaube bei Lisse hängt es total Ja Vielleicht hängt es tatsächlich Ich weiß gar nicht wie viel Wie das Internet Jetzt bei euch ist Jetzt sind wir alle gestorben Wie das Internet bei euch ist Bei euch ist in Bayern Es geht eigentlich los Was geht eigentlich? Oh, jetzt seh ich euch Ah, das ist so wie Wir wollen so prühen Wo hab ich eigentlich Rennen bei mir? Doppelklick Nein! Ihr macht Sachen Mann, ey, lasst mal das wir den Rambo machen Jawoll Ihre Pass mal auf Check doch Bam, bam, bam Guck mal hier Schön Hackfleisch hier Hackfleisch, Hackfleisch auf die Spaghetti drauf Ravioli, Ravioli Ravioli Parmesan zuhauf Wo müssen wir hin? Jetzt bin ich doch zu wieder gestorben Man, der Play 2 Shiko, ne? Nein Wir holen dich wieder Bro, was machst du da? Jetzt sind alle ein bisschen nett Jetzt sind alle ein bisschen nett Ich bin ein Tornado des Todes Ein Tortodes Ein Tortodes Toptida, Toptida Ich bin ein Tornado des Todes Ich bin ein Tornado des Todes Eeeeh Ok, supergut, superkrämpfer spielen Ich bin Mr. T und ich bin ein Nachtelf-Ero-Käse Was spielst du? Was spielst du? Was spielst du? Ey, diesesmal hab ich da nicht geschossen Mewtwo Mewtwo Warte, 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 warte Ok, Ehre Können wir Granaten da runterpumpsen lassen? Wurde besser nicht mehr sonst Deswegen Brows es war eine Ehre mit euch gedient zu haben Nein ich bin doch hier mit runter Da bist du wieder Da bin ich wieder Hast du doch noch geschafft Aua Scheiße Ach da muss man diesen Scheißanlauf nehmen Das klingt alles an Seven Wir sind voll die Pros Alter Wir sind Bro Pros Bro Pros Ja diesmal verarscht ich mich nicht Ach ja stimmt wir müssen ja die Mhm Okay Und unten ist jemand Entschuldigung Nein Nein Oh 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 So Nein warum Nein warum Warum leckt es denn dann plötzlich Warum bleibt er einfach umbelts nicht stehen Und Bro Und Bro Das ist doch echt pro getastet Ach da bin ich Ich bin in Spiel 1 Ich bin in Spiel 1 Ich bin in Spiel 2 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 Und ihr wisst was zu tun ist Oh Bloody hell Oha Agent Smith Okay gut Er tut jetzt wieder synchronisieren Das war auch ein bisschen Oh Okay warum ist denn hier alles rot Ja Ja aber ich seh mich nicht Sie bewegt ihr Controller aber sie zieht nach Nein Ich seh nicht einmal irgendwas Hallo Raus Das liegt bestimmt am gesamten Internet wegen Corona Oh alter Könnt ich mir gut vorstellen Das probier mich nicht seh mich nicht Ja Ja wisst ihr was liebe Zuschauer Das haben wir alles den lieben Herren Hemikon zu verdanken Ah Das ist zumindest der Lastwagen Sag den haben wir nicht so schnell die Internetleitung Jetzt kann ich in Ruhe sterben wahrscheinlich Händen mir heute die Scheißen nicht Oh Gott in welchen Stormotion Modus bewegst du dich Ja Ich komme Geil Bim Es war richtig Bro Fuuu Aber jetzt müsste es eigentlich gehen Was nicht jetzt Man da muss doch der sein ey Pam 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 Oh ich will jetzt gleich gut sein Schnell da hoch Genaau Ich bin wieder da Ich bin tot. Nee, nein. Sehr gut. Geradeaus. Dein Gegner. Vorsicht. Sehr gut. Maskulin. Das ist ja so lustig. Oh nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, Bro. Bro, 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 Bro. Okay. Oh, Ehrenmann. Wir holen dich, wir holen dich. Da bist du wieder. Pam. Oh Gott. Okay. Okay, ich muss jetzt irgendwie... Nein. Jetzt bin ich wie jemand anders. Du bist ein Schwerttyp sein. Brrrrra, brrrrra. Brrrra. Was ist das denn? Red, Bro. Nein. Ich bin tot. Oh. Letzte Person zur Zeit, wenn sie zwei. Ja, weil es war mir ein bisschen lachen. Okay, 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 warte mal. Hier oben könnte vielleicht was sein. Nein. 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 Schneeell. Nein. Schnell Abfahrt. Tschüss. Du bist zu langsam für diese Welt. Ei, 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 ei. Blöd. Ja, ich bin schon... Pam, 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 pam. Oh, shit. Oh, Gott, wieso bin ich irgendwie nach oben? Bro. Yo. Oh, geil. Der ist gut. Der ist gut. John Wick. Hier. Oh, shit. Nein. Oh, fuck. Wo bin ich? Da. Nein. Ich wollte mir nicht Sack hauen. Schneeell. Wie sie halt... Alter, sie ist weg und auf einmal ist halt alles tot. Sie schießt nicht mal. Bewegt sich nur auf einmal, explodiert einfach alles hinter ihr. Das ist ein richtiger Bro, ey. Bro, du hast es. Ich bin tot. Oh, shit. Nein. Der hat das automatisch gemacht hier. Was ist das für ein Kack? Weiß ich auch nicht. Oh, Mensch. Oh, yeah. Oh, Gott. Ich bin echt nicht nüt. Ich bin bald. Grillende Zuppe. Erzählende Grippe. Oder sowas. Alter, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin tot. Oh, yeah. Bam, 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 bam. Bam. Oh, warte mal. Da ist ein bisschen Explosionsfest. Bis ich dir schon Spaß ins Gesicht geschrieben. Oh, warte mal. Kann man da nicht nicht beitreten irgendwie? Ja. Nein! Okay. Das müsstest du eigentlich tragen. Weißt du, bist ja eh schon so langsam. Ich bin tot. Ich kann nicht dran. Warte. Alter. Oh, den kennst du noch gar nicht. Gar nicht, den ich hatte. Ich auch nicht. Ich bin tot. Vor allem, da kommt ja auch keine Update zu diesem Game, ne? Weil das Spiel auch einfach schon so gut ist. Agent 7? Boah, man sieht halt so gut wie nichts, ne? Man fragt sich nur, was geht hier eigentlich abgerade? Boah, scheiße. Ich bin wieder da. Ich bin irgendwo. Ich bin double. Oh. Oh Gott. Da oben fährt irgendwas alles auf, weiß, runter. Bist du gerade mit der Rakete mit hochgeflogen? Ja, das kannst du machen. Du bist ja ein richtiger Ehrenmann, ey. Warte mal, was geht denn hier oben ab? Ich muss halt warten, bis die Ente wieder da ist. Oh yeah. Ich bin das gesetzt. Oh, das war knapp. Oh shit. Mach mal jetzt kein Miesen hier, bro. Mach mal kein Miesen hier. Wünsche hoch. Ja, wie ist denn das? Und tschüss. Nein. In Slowmotion holt sie sich ihr Leben, ey. Oh man. Katja. Wenn ich keinen Ton habe, muss ich zumindest schaffen. Ich krieg weiter. Ist mir egal. Wie kann ich denn da reintreten? Reingehen. Du musst den kaputt machen. Und dann sprichst du drauf und drückst Y. Sag mal, wo will die eigentlich hin? Die ist ja verrückt. Die ist viel Bro-Force als wir. Sie zerfetzt einfach alles. Was? Warum? Warum? Ehre. Oh yeah. Oh, ich hab euch gerettet, ey. Ich bin direkt reingejumpt in den Ding. Oh, ich lebe noch. Da passiert einfach so viel, ne? Ja, aber ich weiß, wie das mit 4-Spielern ist. Du kommst einfach nicht mehr hinterher, ey. Da unten kannst du jemanden saven. Ah, warte. Ich wollte jetzt mal ein paar. Ehrenmann, jawoll. Schwerttyp ist der Geizte. Hä? LOL. Ja, du kannst auch nicht drauf. Das geht. Achtung. Festhalten. Ja, Mami. So. Hör. Pam, 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 pam. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Dann erst mal voll Treibstoff. Oh, das war knapp. Oh, das war knapper. Okay. So. Warte ich. Warte ich. So. Ach scheiße, ich bin gestorben. Das wird so nett. Das ist so lustig, ey. Das ist so ein Zeitrufe mit einem. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Komm, die lässt einfach jeden gegen auch stehen halt, ne? Nein! Oh Gott. Hö! Na! Scheiße! Hilfe! Aber wenn sie schnell rennt will, ey. Das ist einfach ein Zeitlufe. Ach man. Das ist der coolste Character, den du hast. Bra! Oh. Professional. Das ist gut, das ist von diesen... Aua! Professional? Professional hab ich. Professional. Es hilft ja irgendwie. Na das, das, das. Oh, das war knapp, ey. Wieder runter! Hoch! Ja. Denk' ich auch grad. Tadadada Oh shit! Oh nein! Terrorcopter! Shit. Jetzt sieht alles an Lüsel. Ich seh aber nix Hallo Jetzt kann ich auch sehen Sie macht's mit Style Alles in Teilung Ich kann nix dazu Geh runter, geh runter, genau Okay, Ehre Ich bin mein Geiler, pass auf Ich hab nen Plan Der bemerkt dich nicht mal Du bewegst dich so langsam, der bemerkt dich nicht mal Seid doch da Ich kann dich nix anhaben Ehre, Alter Du bist so langsam, der bemerkt dich gar nicht Du hast das Spiel kaputt gemacht Okay Du hast das Spiel kaputt gemacht mit deinem Gelegen Ich kann nicht sagen Oh man, nein, nein, nein Dies ist ein geheime Satz Mag Pro weiß tief hinter den feindlichen Lydien Scheiße Ach, das ist diese Scheiß Hä? Lisse Versuch mal, vielleicht mal die Webcam zu schließen Die was? Die Webcam von dir zu schließen Vielleicht ist die übertragen ja ein bisschen besser Aber du verbrauchst ja viel mehr Internetressourcen damit Mal probieren Oh boah, ich bin ja am Handy Bist du mit'n Lenny Papillon drin? Mhm Bam 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 Nice! Wir sind die richtigen Pros, alter. Ich hab gedacht, da kann man sich dran hakeln, irgendwo. Oh, wir sind alle MacGyver jetzt, oder was? Immer die ganze Zeit? Ja. Immer die ganze Zeit. Okay, Ehre, Mann. Ich hol euch. Moment, haltet euch. MacGyver hat nen Plan. Befurt! 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 Ja? Guter Plan. Nice. Ja. Ja, genau. Okay. Ja. Aha. Sehr guter Plan. Ehre. Oh, oh, oh. Ah, scheiße. Jetzt sieht das an dir, mein Freund. Oh, oh. Wow. Oh, was? Wo muss ich hin? Ich glaub, du musst on the roof. Ja, wart mal. Habe ich dann jetzt nicht gerade was gesehen? Ist da ne Fahne? Ne. Ja, da ist ne Fahne oben. Lass dich nicht töten! Nein! Bro! 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 Lass ihn nicht! Bro! Meck einfach Bro! 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 Oh, habt ihr es gesehen? Im Kreis gedreht, Alter! Ehre, Alter! So einmal um diesen Block herumgedreht! Boah, ich finde das ist die schlimmste Mission, ne? Boah, geil, Alter! Meeeeeeu! Oh, hm. Nein, wir werden noch da unten. Nehmen wir noch da unten? Okay. Meeeeu! Unbeständige Berichte von einem verletzten Malalpin berechtigt, die deinem Präzter schon mehr sein mit der Aufgabe von Pop-Port! Und jetzt drücke ich erst Enter. Hahahaha! Ich habe diesmal lest, ich bin einfach mal schnell vor! Das ist ja gerade auch auf dem Fall! Da ist ein Schweinchen! Geh die Sau! Nein, nicht! Nicht die Sau! Nein! Hä, lol! Das waren Kollegen, oder? Das waren grünge Kleider drin! Dann kannst du Waffen hier andrücken! Nein! Okay, Ehre! Du brauchst nicht auf andere Spiele zu warten! Dann geh einfach rein! Ich klapp dir auf den Arsch! Geil gemacht, Bro! Wahrscheinlich tauche ich erst bei uns dann an der Bode ist. Ich bin drei Leute gerade! Oh, die haben einen Daddy! Ja, das sind, das sind die aus Blut... Der blutige Pfad Gottes! So mit Daddy! What? Ist das hier Supernatural, oder was? Nein! Danach verrückst du gerade das Schwein! Ja! Ja! Okay! Ich will es mitnehmen! Warte! Oh! Jetzt ist es gerade late! Warte! Warte! Warte, was?! Oh, ja! Predator! Ich wäre immer gern dieser Schwert-Typ! Ich finde den Schwert-Typ mal geil-jetzt irgendwie! Hast du denn da einen Speer, oder was? ehre ich kann auch selbst machen mit dem das ist richtig geil pass mal auf annehmen das ist unsichtbar du bist ein broderter okay aber wenn ich sterbe wenn mich einer erschießt guck achtung tot wow ok slow mo slow bro du bist gleich geht der flieg an dir vorbei slow bro du bist du bist unsere letzte hoffnung warum tut ihr sowas du bist so langsam den merken ich gar nicht wow broketeer ich bin broketeer joins the battle ich hab keine ahnung wo ich bin what the fuck alter what the fuck what the fuck was ist passiert das war so eine fähigkeit von mir aber du willst doch mal verlegen oder ah scheiße ok mach ich save oder mach ich jetzt noch einen auf cool mach ich save oder mach ich cool mach ich save oder mach ich cool 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 pam 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 das hin kannst du auch noch kaputt machen es war mir eine ehre bros bros okay team 3 2 1 bro so richtig pum 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 Ich bin tot. Ich bin wieder da. Ja, ich bin der Schwerttyp. Pam, 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 pam. Ich bin tot. Pam, 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 pam. Oh, das war knapp. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oh, ich find den Schwerttyp mein Geilst, ey. Nein. Hä? Warum hast du alles... Okay. Ja, jetzt hat Liz einen Charakter dazu hier, passt hier. Da kann ich die Zeit anhalten. Ach, deswegen war es gerade zu langsam. Kann ich jetzt sein. Ach, still. Hä? Ich bin tot. Warte, mach, mon great skype. Habt man das gelost. Dammit. Nein. Ich bin da reingerutscht. Oh, Mann. Da ist ne Pfanne. Geh die Pfanne. Bruh. Ich hab mal vor, vier Stück spielen hier mit dem Will Smith, ey. Viel MacGyver, Alter. Ja, MacGyver ist genauso schlimm. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll, Alter. Boi, von unten. Sie rennt einfach weiter. Warte doch mal. Der eine macht die ganze Zeit hier Pause und der andere rennt einfach weiter die ganze Zeit. Einfach rennen, rennen, rennen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Schwimmen, schwimmen. Ja, guck, 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 guck. What does a fuck see? Bra, bra, bra. Nein. Diesmal warte ich auf euch. Weil ich hab extra auf euch gewartet. Du mieses Stück Schwein, Alter. Ach, der Heini. Den Dimage wechseln. Oh ja, die ist gut, die ist gut. Ich hab grad den mit dem Kanap her. Alter, was, 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 was. Okay. Da oben ist ne Dingens übrigens. Oh, ich geh die Eckschabe. Ne Fahne. Da oben ist ne Fahne. Ne Fahne? Ne Fahne. Oben? Ja. Okay. Mach einfach alles kaputt. Ich komm nicht mehr was. Ich hab' die Fahne. Nein. Das kommt hier regelt. So. Scrabby, du Speeder. Hör mal auf, wenn man die ganzen Boden kaputt zu machen. Sneaker. Hör mal auf jetzt. Du bringst mich immer fast um. Was bist du für ein Bro. Oh oh. Ich bin ne Brodine. Hä? Oh oh. Das, das hab ich nie verstanden. Hä? Ja. Ja. Er ist. Er ist hier. Hallo. Möchte was gehen. Mache langsam. Mache langsam. Wappen. Mache langsam, wenn's schnell gehen muss. Oh fuck it. Ich hab die Dingskraft hier von dem da irgendwie nicht verstanden. Soll das Hals spritzen oder was? Hä? Hä? Wo kommt die Freunde jetzt aber mal her? Dann kann ich wahrscheinlich jemanden wiederbeleben oder so. Ich weiß es nicht. Hä? Ach nee, der ist jetzt bei mir hier. Guck mal. Der ist bei mir. Der ist bei der Terrorist. Geil Wanderer. Ich kann meine eigene Armee aufstellen. Ist das jetzt meine Armee? Geil. Geil. Willst du tauschen? Ach nee, warte mal. Kein Scory. Wiederbeleben. Ja. Oh yeah. Kannst du nicht mehr rutschen? Alter. Oh. Nein. 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 Fuck. Mich hat's auch erwischt. Mach langsam, wenn's schnell gehen muss. Nice. Oh Gott. Oh fuck. Nein. Oh. Okay. Nein, 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 nein. Dammit. Das ist fast das Ende. Du bist gleich am Ende. Du bist gleich am Ende. Du bist gleich am Ende. Hey, mit dir. Jawohl. Ehre, Mann. Ehre. Der Lachs löpt. Okay, weißt du nicht mehr am Ende. Okay, weißt du was? Jetzt ist wirklich hier straight through vorwärts drauf geschissen. fulfillment. Los. Heißt du was? Ich hab' den aber nicht mehr. Ich hab' den aber nicht mehr am Ende. Ich hab' den aber nicht mehr am Ende. Du musst ja auch gar nicht mehr am Ende. Das war's schon, Alter. Oh, da ist noch einer. Oder was? Oh. Echt? Echt? Was ist das? Seid ihr tot? Alle beide? Nein, ihr lebt noch, ne? Ich lebe noch. Nein, ich bin tot. Entschuldig, entschuldig. What the fuck? Loll, ist das von Mortal Kombat? Kann das sein? I don't know. Alter, entweder müssen wir den Typen jetzt töten, oder wir müssen weiter. Wir müssen den Typen töten. Okay. Pum, 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 pum. Ich bin tot. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Ich will kommen, ich wollte mir eine Steroide holen. Äh, Vitamine meine ich. Ich seh nix. Ich auch nicht. Unten. Achso. Ich bin tot. Komm einmal noch, dann ist er unten. Was ein Idiot. What the fuck? What the fuck? Das war ja richtig hardcore. Auf zu sieben. Seven. Weil ich dieses Land etwas hast. Dann die Freiheit! Glaube ich. Deine Freiheit ist mir wichtig! Ey du hat Laser. ja ja ich probokok, der ist cool mann, bei mir ist das noch nicht dabei, der ne, und der bestand so moment, jetzt, ich mein, mir auch start dir hast du kurz, der ne kannst ja auch langsam laufen, nein, da kann ich rennen jawoll, time bro time bro tschüss Leute tschüss Leute tschüss Leute tschüss Leute kurz jetzt jetzt, er helfe mich oh mein Gott das hat ja ewig getreut nein, jetzt bin ich raus nein nein hehehe oh eh eh oh 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 Ich mach schon langsam 7. Nein! Nein! irgendwer mal alles wegballern muss. Oh, ich lebe noch! Boah, ist so knapp. Leute, warum lebe ich nicht? Ich komme, ich komme, Leute, haltet los. Da. Ich bin da, ich bin hier. Tschüss! Ihr Kacklappen! Ich werde erzählen, dass ihr aufgegeben habt und ich euch umbringen musste. Die Gewinner schreiben die Geschichte. Gewinner schreiben die Geschichte. Dance for me, bros. Dance, bros. Ah, fuck. Und wieder. Oh, ich hab den auch Broden halt, okay? Die heißen doch alle Bro. Die heißen doch alle Bro. Die heißen die alle Bro. Die müssen überhaupt hin, Leute. Ah! Damn it! Oh, scheiße! Ach, scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Mann! Warum passiert mir das denn immer? Meino! Ah no! Ja, wir sind wirklich runter. Ja. Wir sind wirklich runter. Super. Nur nicht ganz so straight. Super. Habt ihr das gesehen, Alter? Like a ninja, ey. Oh. 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 Ja. Jetzt schön langsam, ne? Oh ja, du geile Sau. Schnell. What the fuck? Was passiert da? Okay, it's Robby. Yo. Geil. Ich mach richtig. Hä? Achso, ein bisschen sterbe hier. Das ist ne Flagge. Zurück zur Warnung. Immer zur Warnung. Warte, ich will Seven. Ach ne, Seven ist nur da auf. Das bist du. Seven ist da. Warte. Ich will. Nein! Oh, oh Gott. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Achso, wir sind hier ne Geschmack. Das ist ja gut. Oh oh. Oh oh. Oh fuck. Scheiß, ich sollt'n nach oben. Das hat sie's immer kaputt gemacht. War's ein Trottel. Oh, geil. Ich bin echt bewirrt. Achziehen. Oh, da sind wir wieder. Oh bitte, ich mach Bobo. Guck, das sind beide. Das sind beide. Das sind beide. Das sind beide. Beide! Auf nochmal Wiedersehen! Nein! Nein! Das hast du gut gemacht! Ja, auf Wiedersehen! Gut gemacht! Echt, das war rotastisch! Savage! Wartet auf mich! Das war nicht so gemeint! Ich mag euch! Das nenne ich Karma, ey! Er hat so meinen Blick gesehen, so... Jetzt lass ich die im Stich, Alter! Jetzt lass ich die so richtig alleine da! Danke schön! You're welcome! So, auf zu Seven! Hey! Seven is gone! Warte! Wahrscheinlich mal! Ich hab keine Ahnung, was passiert gerade! Hier geht einfach nur alles in die Luft! Yep! Ups! Warte, hol' ich! Oh, thank you! Oh, my god! Oh, my god! Ich bin echt wieder! Oh, my god! 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 Entschuldigung! Warte nochmal! Hey, komm! Du musst ihn trotzdem mitnehmen! Sonst verlieren wir ein Leben dadurch! Aber ich bin mein Dings beiden da! Selbstversteuerungs-Mönchern, der ist gut! Ja! Sonst haben wir nicht ein Leben mehr! Ehre! Oh, my god! Das muss man vielleicht bauen, falls ein Hed-Hopter wieder und zerfetzt so. So geht das! Ich glaube, ich bin tot! Hey! Alle tot! Oh! Diesmal nicht! Nein! So! Oh Mann! Das ist das erste Mal! Scheiße, die kommt doch reingesprungen! Brum 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 Komm hier! Komm Speed jetzt hier! Ach ja! Stimmt da haben wir jemanden! Jaaa! Jaaa! Ok komm 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 komm! Komm 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 komm! Was ist jetzt los? Mega Doktor! Ega Doktor! Hä? Wieso? Warum rennt man einfach weiter? Komm Listo, du kannst du taffen! I believe in you! Noo! Das ist ja alles! Nein! Du schaffst das! Scrappy Doodle Man! Safe! Geil! Gehen wir es hier lang! Oh shit! Leute, vorwärts! Macht was ihr wollt, aber ich geb Gas! Was passiert? Das ist normal. Nein! Wer von euch hat mich gekillt? Okay, wir müssen die Dinger nach oben schießen, damit der Bums macht. Okay, dann warte ich bis er jetzt kommt. Nicht schießen, Leute. Ganz easy. Jetzt so Bäm machen. Boom. Das war gut, ne? Der war Brod haste. Den machen wir jetzt auch noch. Den machen wir jetzt auch noch. Bäm! Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Ja. Scrabby habe ich noch gerettet. Ja, ich habe ihn gekillt. Ganz allein mein Verdienst. Allerschöne. Dieser Geheimansatz. Time Bro ist weit im Feindgebiet auf einer Mission zur Eliminierung des Anführers der Terroristen. Time Bro! Oh ja. Oh. Schieb ihn tiefer rauf. Machen wir jetzt auch noch was oder wie? Oh. Scheiße, die Map. Die Mission ist nicht schwer. Ah, er hat schon verkackt. Hä? Hä? Von mir lädt das gerade mal. Hä? Oh mein Gott, alles explodiert schon. Vor allem, ich lebe einfach. Nein, 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 nein. Ja, wir haben schon verkackt, ey. Ja. Hä? Wieso haben wir verkackt? Weil, weil sie jetzt nicht weiter kommen. Wir kommen hier lang. Nein, wir kommen jetzt nicht weiter. Das müsste man mit Time. Ach. Genau, die Sache ist, er gibt den zu hast, er hat eine Spezialfähigkeit, da kann die Zeit anhalten. Und man muss so schnell rüber rennen, weil das wie so eine Art Zeitbombe ist, was hier so nach in die Luft fliegt. So, okay. Wie aktiviere ich jetzt deine Zeit, Kacke? Ich meine, da musst du die Zeit als verdrücken. So, jetzt. Und dann oben drüber. Genau. Hier und dann da, hier drauf. Und dann immer wieder drüber. Und das ist übelch schwer. Das heißt, wir dürfen nicht gleichzeitig die Scheiße aktivieren. Genau. Ach, stimmt. Mach nichts. Okay, dann Player 1 als erstes, dann noch Player 2, nach Player 3. Kann ich auch einfach aktivieren, weil... Vor allem, ich sehe halt einfach nicht, wo ich bin. Ja, das, das ist blöd an der Map hier. So, ich kann es jetzt nochmal aktivieren. Scheiße. Ja. Ja. Das Ding geht auch einfach so los, ne? Also, das kann man nicht beeinflussen. Und von uns Zeit anhalten, dann hier hoch jetzt. Genau. Und jetzt hier rüber wieder. Nicht diesen am besten. Ach shit, Alter. Weil es bei mir voll laggt. Okay, what the fuck, Alter. Ja. Vielleicht auch für ein Paischen oder so. Ach man. Genau die richtige Person. Ich stirb langsam. Ja. Also, ich... sowieso nicht, dass ich es hier schaffe durchzukommen mit dem Leck. Ja, das bezweifle ich auch. Aber man muss doch bestimmt null Spaß machen, oder? Ja. Oh fuck, ey. Scheiße. Nur diese Map ist extrem schwierig. Die ist echt schwer, ja. Die ist allgemein schwierig. Mit dem Leck. Mit dem Leck. Mit dem Leck. Die wird nicht bezahlt. Wir müssen nicht schaffen, dass wir da drin kommen. Ja, das Problem ist halt, du bist halt so langsam halt. Deswegen kommt es bei uns nicht hinterher. Ja. Ich glaube, das macht so keinen Sinn, die Missionen. Muss ich jetzt leider ganz ehrlich sagen. Ja, hast recht. Aber es reicht ja, wenn ihr es schafft. Ja, aber du stirbst halt nicht und deswegen kommt halt die Kamera bei uns nicht hinterher. Ach so. Keine Ahnung, kann ich mich in dieser Mission kurz wecken? Äh. Wisst ihr? Weil die Kamera kommt nicht hinterher. Ähm. Ich kann nur ein Spiel rauswerfen. Ja, dass ich da vielleicht kurz... Oh, ich kann ausspringen. Ausgeworfen von Skabel. Ich kann ja kurz gucken, ob ich mich auf ein Tor kenne. Und dann kann ich später wieder da, ne? Ah, jetzt. Scheiße. Jetzt. Ja, das ist ein Chico. Nein, da unten. Die Leiter muss runter. Du kannst nur durch die Senkeplatte hüpfen. Scheiße. Scheiße. Zeitanhalten, 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 Zeitanhalten! Warum seid ihr die Zeit nicht an? Du hast keine Munition, du musst Munition aussammeln dafür. Oh. Ich bin ja nicht so der größte Freund von solchen Missionen, ey. Ich auch nicht. So. Da ist Muni drin. So, ich hab schon. Keine Sorge, ich hab genug. So, hier runter. Ja, aber wohin lang? Da. Die nächste Leiter hoch wieder. Bro. So. Ach, Mann. So, jetzt komm ich drüber. Ich muss viel schneller gehen. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Das wüsste ich auch gern. Ich hab die Zeit angehalten, oder? So. Zeitanhalten, die sind nach oben. So. Den kaputt machen, nehmen. Hey. Ach, Mann, ey. Ja, der Spielspaß ist auf jeden Fall großgeschrieben an dieser Mission. So. Fuck. Ah, ich hätte es eigentlich geschafft gerade. Dann kam von oben noch eine Kiste. hä? ätzendel wir hätten das eigentlich geschafft, wir waren beide drüber hä, wieso bin ich tot? warum ist das schon alles weg? weißt du, vor allem wenn einer stirbt, dann gibt das Zeitlingspunkt auch dann das ist richtig bescheuert warte kurz, äh, kann ich mir selber irgendwie kurz absteigen probiert das mal wenn es einer macht ne, jetzt hab ich auch schon verkackt ich versuch's mal, aber wir haben jetzt eh die Stunde voll von daher komm, last try die Taste gleich direkt nach Kling, genau ja und jetzt hier den ersten Munitionspakt da oben den da ne, das wichtig genau ne ne, ne, was soll ich noch auf solche Mission hab ich gar nicht lust das ist nicht, das ist, äh drücker Menü, ja ok Leute dann hatten wir auch Spaß daran soll ich mal probieren, last try soll ich mal versuchen aber die Aufnahme werde ich jetzt trotzdem aber na und wir haben unten Wego mal wieder online. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.